Eigentlich war Carlos als Casanova in den Kollekiez gekommen, doch nun zeigt er sich immer öfter von seiner dunklen Seite. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ GZSZ ist um einen Fiesling reicher. Bereits seit Jahren gilt Wolfgang Barrow in seiner Rolle des Jo Gerner in der beliebten Vorabendserie als der Bösewicht schlechthin. Doch in den vergangenen Monaten hat der Anwalt eine Verwandlung hingelegt. Dank seiner Ehefrau Yvonne, GZSZ, scheint er zum Gutmensch zu mutieren. Und auch sein Pflegekind Lukas, Oliver Scherkus, hat einen positiven Einfluss auf Gerner. Da stellt sich natürlich die Frage, wer fortan seinen Job übernimmt. Ein passender Nachfolger ist bereits gefunden. Carlos, Patrick Fernandes, hat in den vergangenen Wochen mehrmals unter Beweis gestellt, dass auch er eine ziemlich düstere Seite in sich trägt. Wie steht Schauspieler Patrick Fernandes zu seinem neuen Image als Bösewicht? Im November 2022 war Carlos eigentlich als charmanter Womanizer in den Kollekiez gekommen. Doch zuletzt zeigte er immer öfter, dass auch ein richtiger Fiesling in ihm schlummert. Seitdem es zwischen ihm, Tobias, Jan Kittmann und Katrin, Ulrike Frank, zu einem Zerwürfnis gekommen war, sind er nach Rache. Dazu überschreitet der Baudirektor auch mal moralische Grenzen. Im Interview mit RTL verrät Schauspieler Patrick, was er von diesem Wandel hält. Der Wandel hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich hatte stets beste Unterstützung. Für mich war es eine wirklich gute Herausforderung. Diese neue Seite von Carlos mit der Hilfe der großartigen Schauspielcoaches, die wir bei GZSZ haben, vorzubereiten und in diese dunkle Seite einzutauchen. Der GZSZ-Star ist aber fest davon überzeugt, dass Carlos tief in seinem Inneren kein Böser ist. Dennoch steht er den Rachegelüsten seiner Serienfigur kritisch gegenüber. Ich glaube, Rache ist auf keinen Fall gesund. Als energiegeladener Mensch denke ich, dass Rache einem sehr viel Schlechtes antun kann. Neben zahlreichen Intrigen gibt es in der Daily natürlich auch ganz viel Liebe. Und das nicht nur vor der Kamera. In diesem Video erfahrt ihr, bei welchen Stars es auch privat gefunkt hat. Zu dieser Erkenntnis ist der Baudirektor bislang aber noch nicht gekommen. Fest entschlossen, seinem einstigen Freund und seiner Chefin zu schaden, legt er daher auf einer Baustelle von WL einen Brand. Doch damit nicht genug, Carlos gaukelt Tobias sogar vor, zur Besinnung gekommen zu sein. Nur um diesen in Sicherheit zu wiegen, während er weiterhin mit der Ausführung seines Komplotts beschäftigt ist. Ob er letztendlich damit durchkommt und wie gewünscht zum Geschäftsführer von WL wird, bleibt abzuwarten. Patrick deutet in dem Interview jedoch an, dass eine gewisse Frau Carlos wieder auf den richtigen Weg bringen könnte. In den kommenden Wochen wird sich sicher zeigen, ob er damit recht behält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017